Ja, ich glaube, Bayern kann vor allem mit Druck umgehen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Dortmund hat Riesenprobleme mit Druck. Das hat schon das Finale gegen Mainz gezeigt, wenn es darauf ankommt. Und das war auch der Grund, warum Rayerson mit Coman aneinandergeraten ist im Kabinengang, weil Rayerson musste aufs Klo und Coman stand vor der Tür. Und dann hat er den Druck nicht ausgehalten und dann sind halt zwei, drei Tröpfchen sind, aber das ist ein anderes Thema.